Moskau. Überraschender Transfer im europäischen Hochadel. Die Königin von England, Elisabeth II., wechselt als die neue Zarin nach Russland. Wie es in Moskau hieß, sieht die Queen nach den Affären um ihre Familie keine Zukunft mehr für die Monarchie in England. Über die Zahlung einer Ablösesumme des russischen Volkes an das britische Empire wurde nichts bekannt. Die Queen war bereits vergangene Woche nach Russland geeilt, um sich an ihrer neuen Wirkungsstätte eine geeignete Bleibe zu suchen. Da es in Moskau glücklicherweise an freistehendem Wohnraum nicht mangelt, fand sie bald ein Objekt, das ihr offenbar sehr gefiel. Jedenfalls zeigte sich die Königin, wie hier bei der Besichtigung von Küche und Nasszelle ungewöhnlich begeistert. Am Abend kam es dann zu einem geselligen Beisammensein mit Staatspräsident Yeltsin. Der ehemalige Kommunist hat sich bei seiner künftigen Regentin inzwischen als Kronprinz angedient. Auch hat er landesweit zu Lady Diana-Ähnlichkeitswettbewerben aufgerufen. Deren Siegerin, so ließ der designierte Thronfolger verlautbaren, werde er bald möglichst heiraten. London. Wie die Nachrichtenagenturen melden, reagieren die Engländer eher gelassen auf die Abwanderungspläne ihrer Königin. So erklärte der britische Premierminister John Major heute in London, dass die englische Monarchie keineswegs aus den Fugen gerate, nur weil die Queen glaube, sich ein neues Volk suchen zu müssen. Der Premier rief seine Landsleute dazu auf, sich für den, so Major wörtlich, freigewordenen Job zu bewerben. Das britische Fernsehen präsentierte heute einen Taxifahrer als ersten Kandidaten. Weiterhin streben ein Zeitschriftenhändler, eine Gemüsefrau und diese alte Schlampe in das königliche Amt. Selbst die jungen Leute wollen ihre Chance nutzen. Weitere Meldungen. Die Serie der Buchveröffentlichungen über Mitglieder der Windsor-Familie reißt nicht ab. Angekündigt ist eine, wie der Verlag betont, sehr schlüpfrige Biografie der Prinzessin N, außerdem die Lebensbeichte ihres Bruders Andrew. Titel Ich könnt schon wieder. Ebenfalls bereits im Druck ein nicht autorisiertes Kochbuch mit Originalrezepten von Queen Mum, sowie ein Londoner Stadtführer für Homosexuelle, herausgegeben von Prinz Edward. Der deutsche Titel London von hinten. Derweil hat auch Lady Diana ihre inzwischen 23. Biografie vollendet. Während einer Feierstunde schrieb sie gestern den letzten Satz. Zur gleichen Zeit traf Ehemann Charles einen berühmten Kollegen, denn wie schon der Prinz hat jetzt auch der Papst einen Bestseller gelandet. Die Schwelle der Hoffnung überschreiten, so der Titel, von dem sich Charles offensichtlich inspirieren ließ. Die Schwellung in meiner Hose überwinden, so heißt sein neues Werk. Da sage noch einer, die Briten hätten keinen Humor.